Der Stein des Anstoßes. Im Bundesverkehrswegeplan taucht der Donauausbau wieder auf. Und zwar nicht nur mit der Variante A, sondern auch mit der sehr umstrittenen Variante C280. Die Empörung bei Naturschützern und den Oppositionsfraktionen im Bayerischen Landtag ist dementsprechend groß. Deshalb hagelte es vor der Sitzung am Donnerstag Dringlichkeitsanträge. Ich habe ja jetzt gehört, dass diese Ausbauvariante mit Staustufe auf Wunsch der Lobbyverbände hineingekommen ist in diese Ausbauliste beim Bundesverkehrsministerium. Und ich denke, wir können uns ja nicht von den Lobbyverbänden diktieren lassen, welche Ausbauvariante wir hier in Bayern für die Donau wählen. Die Staatsregierung ist ja jetzt auch auf unsere Linie eingeschwenkt. Und dann muss sie allerdings auch Beweise liefern, dass sie das auch wirklich ernst ist. Die Regierungspartei lehnte die Dringlichkeitsanträge der Opposition am Donnerstag ab. Begründung? Die Vorwürfe seien nicht berechtigt. Die CSU steht zu ihrem Wort, den sanften Ausbau zu befürworten. Eine Staustufe käme auch künftig nicht in Frage. Wir können uns das auch nicht erklären, wie das in solche Papiere des Bundes hineinkommt. Denn die bayerische Entscheidung ist klar für den Ausbau nach der Variante A. Und Bayern hat auch genau dieses beantragt. Und das wird der Landtag heute auch klarstellen. Also die Staustufenvariante steht überhaupt nicht mehr zur Diskussion. Klare Worte, die interessanterweise nun am Donnerstag auch im Bundesverkehrswegeplan auftauchen. Zumindest als Fußnote. Denn anders als vor zwei Tagen ist dort nun zu lesen, dass für die aktuelle Wahlperiode ausschließlich die Variante A zugrunde gelegt wird.